Hi, Sakoya und Bye, Sakoya. Jetzt kann ich ja nichts mehr tun. Hi. Und Bye. So, öffne die Tür, bitte. So, öffne die Tür, bitte. Er zeigt uns sogar den Weg. Für jeden, der jetzt planlos rumgelaufen wäre, das finde ich auch ganz am Anfang. Ich wusste es. Ich wollte gerade noch sagen, bitte kein Kampf mehr. Ich wusste, dass da noch was kommt. Hi. Und da hinten auch hi. Hi. Könnt ihr mich nicht einfach in Ruhe lassen? Hi. Und du bist? Die andere habe ich erkannt. Wer bist du? Ach, du bist... Ja, ich habe dich erkannt. Ja. Das gilt nicht. Lass das. Komm her, Madame. Geht ihr mir auf den Keks? Ich spiel dir das Spiel auf leicht, wohlbemerkt. Und trotzdem seid ihr so schwer. Warum? Warum? Ja, komm, rück mal ein bisschen näher zu deiner Freundin. Hi. Ach ja. Ich liebe das, wenn ihr das macht. So, eine ist platt. Oder auch nicht. Jetzt aber... Natürlich ist die hinter mir. Menschenskinder. Und wieder hinter mir. Ich habe dich auch lieb. Kommst du jetzt mal aus der Wand raus. Und tschüss. Home, Street, Home, Nürnberg wieder. Das Telefon geht schon wieder. Wer könnte es wohl wieder sein? Wer könnte es wohl wieder sein? Na, ich würde mich noch lernen, wenn ihr gehört. Ich würde mich erst mal aus. Ich würde mich gerne. Wie geht es schon! Ich würde mich gerne geben. Ja, ich würde mich, So, bevor wir aber in den Keller gehen, wo wir... Warte, ich hab's gesetzt. Nein, das war schon viel zu lange, also geht's. Ja, es geht. Äh... Erinnert sich jemand ganz, ganz, ganz am Anfang. Das war schon schweres Kapitel. An die Puppe. Die die fotografieren konnten. Ja, ja, Puppe. Moment. Das war nix. So, der Vollständigkeit halber haben wir sie jetzt auch. Hier konnten wir doch auch irgendetwas fotografieren. Was anscheinend uns nicht angezeigt wird. Ja, das hat uns nicht angezeigt. Gut. Dann fotografieren wir es auch nicht. Und gehen wieder rein und folgen. Vorher speichern wir aber. Und holen wir uns noch ein bisschen Medici. Wenn ich weiß, was jetzt kommt. Und so wenig Lust wie ich darauf habe. Und so wenig Lust wie ich darauf habe. Wir sollten eigentlich mal uns unendlich viel Medizin mitnehmen. Das wäre es. Oh Gott, ich stehe schon zwölf Stunden. Oh, schnell. Kacke. Aber das Let's Play ist auch sehr, 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 sehr lang. Das muss man sagen. Wir sind über der Hälfte jetzt. Aber uns fehlt immer noch was. Und dann runter, oder? Ja, da wäre die Puppe gewesen. Aber es geht anscheinend immer noch nicht. Weil es eine blöde kleine Nuss ist. Hallo! Hallo! Alle drei auf einem Streit. Ach, und du. Ach, kommt, ich muss mich irgendwo mal hinstellen können. Ha. Um euch fotografieren zu können. Ja, ja. War zu langsam. I know. So, einer ist platt. Da waren es nur noch zwei. Ja, Dankeschön. Das habe ich mir die ganze Medizin geholt. Hi. So, nächster Platz. Nur noch einer. Ach, er steht genau vor mir. Und nicht mehr. Na komm, wo bist du? Ha. Noch erwischt. Komm mal da aus dem Schrein raus. Na, wo sind sie denn? Mr. Was frage ich denn so blöd? Alle mögen Schirros Hintern. Genau so wie Kuckers. Da sind sie geblieben. Da sind sie geblieben. Ja, wo sind sie denn? Ja, wo sind sie denn? Das dauert so unglaublich lange. Genau, hinter mir. Ja, ja. Ja, ja. Jetzt nimm deine blöde... Okay, der Angriff war nicht ausgeführt. Alles gut. Hi. Ja, da war ich nicht schnell genug. Egal. Tschüss. 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 Und tschüss. Wo? Ja. Ja. In seinen Erinnerungen ist Ruka immer noch ein kleines Mädchen. Und bei Ruka war es eben, ja, die Erinnerung an ihn. Man erinnert sich an die Erinnerung, wo er wiederkam und ihr die Maske gab. Und Herr Barra wusste wohl, um den richtigen Zeitpunkt zu gehen. Wenigstens etwas. Kennt mich jeder in Richtung. Ach, Mann! Ha, voll erwischt. Jetzt dürfen wir Heilbarra folgen. Und dann gehe ich mit ihm da rein. Und dann gehe ich mit ihm da rein. Und dann werden auch noch mit ihm da rein gekonnt. Um es die Puppe zu holen. Und versagt, merkt es jetzt das nächste Mal. Oh, wow, wir haben sein Bein noch erwischt. Er will, dass wir hochgehen mit ihm. Vielleicht aber auch nicht, er weiß das schon. Vielleicht läuft er ja gar nicht. Also jetzt in dem Moment läuft er von uns, aber es ist schon... sehr dämlich, in Horrorfilmen, Spielen, wie auch immer, hochzulaufen vor der Gefahr. Das war. 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 Das war.